in os zum grüße liebe zuschauer zuschauerinnen ja es geht wieder weiter ich stehe wieder vor top ist bzw in der letzten folge was müssen wir machen wir müssen erstmal mail besorgen 20 säcke habe ich schon nur noch zehn fehlen mir aber das kriege ich dann erst nur wenn ich bei hassan die erlaubnis erteilt bekomme wenn ich wer wer doch oder wer doja unten in den katakomben bei den banditen gekillt habe aber das ist scheint mir ein aussichtsloses unterfangen ich gucke mal noch mal ganz kurz mal hier ins logbuch die spiel bei sorab vielleicht sollte ich mal eben kurz mal darüber springen mal gucken ob das wirklich so ist weil ich habe ja das zeug bin ich ja los geworden waren aus ja genau richtig und dann was mache ich dann da muss ich selber mal gucken wie ich dann weiter vor gehe dann sagte mir torres auch ich habe die müsste die sklaven noch zu gasparino bringen aber ich habe mich dafür entschieden die sklaven nicht da irgendwie an ihnen zu bringen oder komme ich dann nicht weiter muss ich das machen kann dann die sklaven später befreien je ne sais pas da muss ich mit seid auch noch aber das sind so sachen okay ich werde jetzt mal springen und zwar zum pass von ishtar und zwar zu dorab einfach mal um zu gucken ob er jetzt wieder ruhe gibt ich das zeug los geworden bin bevor man hier eine übel riechende tomate okay gehen wir aus den augen dreckiger dieb okay das hat auch nicht geklappt obwohl im log steht diebstahl bei sorab ich bin so raps zeug endlich los geworden jetzt wird er mir nichts mehr beweisen können mal sehen was er jetzt sagt ja das habt ihr jetzt gesehen was er sagt gehen wir aus den augen dreckiger dieb gut dann würden wir mal die vergessen spruch rolle mal anwenden so gehen wir aus den augen dreckiger dieb ja was ist da jetzt passiert ja was ist jetzt los jetzt hört sich alles irgendwie total verkehrt hahaha sehr komisch naja da bin ich wieder es kann natürlich sein dass da noch diese tomate da liegt die ich mal in einer meiner folgen einfach hingeworfen habe die werde ich jetzt mal einfach mal auf lesen wo die quest ja gezeigt hat dass ich das zeug los geworden bin dann gucke ich wo es hier die tomate von sorab gibt das ist ja aha das sind die ganzen okay jetzt habe ich sie wieder jetzt sind das fünf stück die bringen mir aber geld die werde ich dann jetzt mal verklemmen also verkaufen und zwar bei behal in uga so handeln zeig mir deine ware wupp 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 gehen wir hier rüber da ist ja schon die naja kommt hier nicht so ganz klar so eine übel riechende tomate von sorab die werde ich jetzt erst mal hier und dann habe ich überhaupt nichts mehr von sorab ende dann geht es wieder rüber und ich glaube ich werde mal dann sicherheitshalber eine runde schlafen um mal ganz genau zu gucken ob dann sorab die ganze geschichte vergessen hat obwohl der quest eintrag ja schon gegeben war die musik muss ich auch wieder einschalten also ausruhen bis zum nächsten morgen das ist so stumm ohne musik macht das keinen spaß ich mache es ja mal eben an ja weil musike ist an und bevor ich ihn anspreche doch mal lieber abspeichern so gab so so ab gehen mir aus den augen dreckiger dieb ja also läuft das nicht was du okay jetzt werde ich nochmal die vergessen spruch rolle machen dann noch ein paar tage warten oder so wichtig ist das jetzt auch nicht das kann man mal später mal ausprobieren denke ich mal noch jetzt hätte sie wieder zurück nach uga und werde mir doch mich doch um die sklaven kümmern für gasparino aber ich sehe ja keine andere möglichkeit als da das zu machen um vertrauen weiter was und so weiter zu finden also wo waren denn noch mal die sklaven genau die waren in der oase waren die richtig dann werden wir dann mal dort mal im schnelldurchgang hin fetzen und die mal gucken wo die sind so hier sind wir oase und eingang und jetzt gab es ja noch ein eintrag mit denen wo ist der eintrag sklaven treiber hunde das ist immer noch nicht weg wo war das wo war das wo war das wo war das sklavenjäger hunde die entflohen den sklaven morris clark spike und wilbert werden von einigen sklavenjäger mit ihren gefährlichen hunden verfolgt ja die sollen sich hier befinden hier habe ich aber vorher schon alle platt gemacht die hunde erstmal gucken wo waren denn hier die skläfchen stehen ja irgendwie immer so rum die skläfchen irgendwo standen die rum okay dann werde ich bis ich einer stand doch hier meiner mitte weiter da hinten wird das sein sorry fürs ruckelbuckel ach man komme ich wieder auf die typen shit ich habe nicht abgespeichert löwen oder löwinnen oder sind das die sklavenjäger 100 kann nicht sein löwe löwen dann muss ich die auch noch mal im off alle killen los weg mit dir okay bis später bis ich die löwen gekillt habe auch da hinten sind noch pantertjes ja ich habe neu starten müssen dann müssen wir noch mal kurz ein rendern das gibt es jetzt nicht ist hier noch ein löwe oder das ist ein toter ein toter von eben ach ja okay dann werden wir mal auf den panter eindreschen ja ich weiß geschwindigkeitsring gut gucken gucken ich habe eine neue taktik tiktak versucht zu generieren genau da ist er nicht schnell genug zurückgegangen der der roland und da erledigt so unten geheilt jetzt war ich der meinung dass jemand klar bestand wohl nicht der fall mehr oder es ist oder es ist weiter noch weiter da in der richtung in die richtung ich melde mich dann wieder wenn ich den ersten gefunden habe stan oder sowas hier sind ja die klauen jäger genau richtig dann kommen wir der sache doch schon glaube ich etwas näher da ist doch schon der erste ich habe so angst will war zum beispiel so loskomm ich bringe dich zurück nach uga ok muss ich das jetzt einzeln machen ok bringen wir erstmal will will wie heißt der will wird genau nicht will bur ja ich hätte bei einer fehler gemacht und zwar geflohene sklaven in er soweit ich das weiß wo sind hier geflohene sklaven da da will doch der wilbur nicht mit oder der wilbert mal gucken wo steht das ja bei endos weiß ich doch was ich da tue also ganz unten steht also nicht ganz unten sondern im vorletzten absatz ich sollte doch mal die aufgabe erstmal zurückstellen und versuchen wir mit anderen aufgaben das vertrauen der assassinen zu verdienen naja dann gucke ich mal ob sie noch die sklaven jägerhunde gibt dies ja noch angeblich laut quest ein eintrag geben sollte die soll es ja noch geben obwohl wenn ich jetzt das dritte mal hier nochmal alles durchsuche ich habe sie nicht gefunden hatte die ja ganz zu anfang habe ich die ja weg gemacht die waren auch in der nähe von den sklaven jägern die sohn hier nicht mehr was machen wir dann jetzt da hier haben wir da noch so ein job hier ist noch das sklaven jäger also ich melde mich mal ich weiß dass ich hier schon wieder unten bin jetzt nähe ich mich dem lager vom löwen bändiger hätte ich beinahe gesagt von tabor der irgendwann mal wieder zurück nach uga will wie lange wollte noch bleiben keine ahnung aber ein paar tage werden sicher noch sein ok wir da sind und uns gern jederzeit bis das habe ich hier mitgemacht gibt es noch was anderes bringen wir was über die jagd bei das ist also tabor und da hinten war ja sein aslan dann werde ich mal weiter suchen nach sklaven jäger hunden dies stopp oder ich mache die hier im offen glaube die mache ich jetzt mal hier im off dann mache ich ein bisschen experience ist genug nahrung habe ich ja dabei und heil heilsprüche ok werde ich das mal in angriff nehmen oh der letzte oder die letzte ja das ohne großen schaden davon zu tragen habe ich auch diese löwen hier elimin nutzt eliminiert schauen wir mal ob hier in der gegend irgendwie noch andere sind es kann ja durchaus sein dass der tabor erst dann geht wenn hier in der umgebung keine löwen sein sollten mehr also hier sind es keine mehr ich kann ihn ja noch mal fragen und ich sehe hier nichts mehr gut okay haben wir noch mal nach wie lange wollte er bleibt noch er bleibt noch er bleibt noch dann gehen wir mal woanders hin hier sind ja noch ein paar löwinnen in der ecke die machen wir auch im off weg last but not least the last leo in diesem bereich das ist ja noch ein bisschen zurückgehen naja das war knapp los geh hin so ich renne noch mal zu tabor hin und werde mal bei ihm eine runde knacken also schlafen und dann fragen wir noch mal weil hier gibt es wirklich keine mehr so gewährt ihr mir obdach für ein nickerchen bitte ne nicht hier vielleicht in dem botenzeltchen ein bettchen machen wir mal eben bis zum nächsten morgen ausschlafen ausschlafen ist gut so löwenwendiger da ist Tabor ja natürlich dieser gut aussehende gucken ich habe keine Ahnung okay hat damit nichts zu tun ja ich werde mich mal wieder auf den rückweg machen nach Uga um zu sehen was ich noch alles erledigen muss da muss ich nochmal eben überlegen ja ich habe mich ein bisschen ausgeruht bis Mitternacht geschlafen weil ich möchte doch ganz gerne Lady Marmalade besuchen also Tamara die dürfte sich hier aufhalten ja verdammt was ist los Entschuldigung ich will doch nur mit Tamara reden vielleicht gibt sie mir eine Gesprächsoption dass ich ihren Vater gefunden habe Tamara bitte wache auf verdammt was ist los nein schade 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 na wer bist du denn du bist Roskuchen warte mal Ausschlüssel mache ich jetzt fertig erfahrungspunkte jedes mal steigern sie sich das ist gut nun nach reiflicher Überlegung ich glaube ich muss doch in die Katakomben runter und wenigstens nur den Wedocher erledigen und zwar vorher muss ich noch einkaufen gehen Spruchrollen und sowas schauen wir mal wo ich das mache da bei Bahall habe ich ein bisschen was eingekauft und ein bisschen was verkauft und jetzt muss ich mal überlegen er hat nicht so gute Sprüche wo ich gute Sprüche kriegen kann bei den Nomaden vielleicht jo da war doch ein ein Magier wo ich gar nicht weiß ob sie was verkauft ich dachte du wolltest dich mit mir anlegen hast du es dir anders überlegt willst doch lieber reden du hast doch die Panther getötet du bist also ein sehr starker Krieger kann schon sein brauchst du vielleicht meine Hilfe so ist es Mercurius gab mir den Auftrag Wasser von der heiligen Quelle zu holen aber seit einiger Zeit halten sich doch mehrere Lörker auf diesen Viechern bin ich nicht gewachsen daher meine Frage an dich edler Krieger könntest du nicht die Lörker töten damit ich wieder an die Quelle kann warum fragst du nicht einen der Nomaden zum Beispiel Schaban die sind alle mit irgendetwas anderem beschäftigt auch Schaban keiner hat Zeit sich um ein Problem zu kümmern und da du jetzt sogar mit Pantern fertig geworden bist dachte ich ja ja habe schon verstanden okay na schön ich kümmere mich um deine Lörker ich danke dir es soll dein Schaden nicht sein wo ist die Quelle ja genau unterhalb des Lagers musst du den Weg zur Küste einschlagen halte dich dicht an die Felsen dann siehst du bereits die Oase wo die Lörker sich aufhalten am hintersten Ende ist die heilige Quelle ach da da war ich doch vor ein paar Folgen oder vorletzte Folge ach Mercurius heißt er ja ich hätte natürlich nachdem ich die Panther da erledigt hatte wieder zurückgehen sollen was tun die Orks bei den Assassinen ach das gehört noch zu langen Geschichte ich habe jetzt alle Grundsteine genannt da 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 handeln mal gucken was er für schöne Sprüche hat kleiner Feuersturm gibt es hier noch was besseres ich brauche einen großen Feuersturm damit ich den das ist doch dull ja okay kaufe ich mir nochmal die kleinen Feuerstürme was besseres hat er leider hier nicht irgendwas an Tränken ja vielleicht sollte ich nochmal ein paar Tränke mit ein buchzieren 300 alter ne nehmen wir mal die hier mit okay ja Manuel die Lörker habe ich ach eigentlich schon erledigt ja hatten wir ja gesehen in der vorletzten oder letzten Folge ich weiß es auch nicht die Lörker an der Quelle sind tot du bist wirklich ein sehr starker Krieger danke für deine Hilfe nimm diese wertvolle Spruchrolle von mir du kannst dich mit ihr in einen Löwen verwandeln möge Adenos dich schützen also er hat mir also die Löwenspruchrolle gegeben so wie das auch einer einer meiner Kommentatoren gesagt hat jetzt an der Stelle musste ich jetzt schneiden weil ich hatte ein Access Violation Error gehabt aber nicht vom Spiel aus ja manchmal treten hier so Sachen ein ich wollte ja ins Logbuch gucken um zu sehen dass hier auch die Lörker alle schön jetzt kann er wieder jetzt kann er wieder in Ruhe an der heiligen Quelle Wasser holen die Lörker sind ja erledigt ja vielleicht sollte ich mal mich an den unsicheren Karawanenweg machen das ist ja die große Steinbrücke gewesen da werde ich mich dann also jetzt hinbegeben im Eilverfahren ja jetzt habe ich bis zum Abend geschlafen im Schlafsack und ich stehe hier vor dieser Brücke über dieser Schlucht und wollte eigentlich da die ganzen Wüstenräubertches hier erledigen aber das bringt überhaupt nichts deswegen werde ich mich nochmal umkleiden und dann noch zurück zur Festung Armana aber als Assassine bitte wo war das hier Armana Fetzen ne nicht Uga das war sie ne auch nicht wo war denn das jetzt Armana genau richtig so es ist auch wieder schön alles dunkel und die sich ja verzeiht mir meine Unentschlossenheit aber ich bin an einem Punkt angekommen wo ich wirklich ja wirklich ein bisserl hakel und zwar wollte ich doch jetzt das Geschäft hier ähm mal versuchen anzufangen ich sollte die beiden beiden aus dem Kerker holen einen Abnehmer finden und Kauf organisieren danach soll ich wieder zu Hulam gehen ja müsste ich wissen wo ist der Kerker wo ist der Kerker das ist doch hier der Kerker oder nicht ja aha also das sieht mir nach Kerker aus lass mich in Frieden Mann ja ja bitte schlag mich nicht nein tu ich doch nicht wie kann man denn ach hier ist Stan drin okay ähm ist ja logisch wie komme ich denn jetzt hier aus dem gibt es denn hier keine Tür das sieht so nach Tür aus hier aus dem Kerker holen wie soll das funktionieren Leute das ist doch der Kerker hiermit gemeint was anderes weiß ich nicht wo hier noch ein Kerker sein könnte und hier unten geht es nur runter da war ich ja schon da gab es ja nicht viel oder war es das boah noch nie war ich so verzweifelt in einer Folge wie diese hier ja toll hier gibt es nur diese Wasserbrunnengeschichte an der Stelle brauche ich dir mal ein bisschen help ne also Kerker 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 hier vielleicht nein kann auch nicht sein Elite Assassin ach das ist dieser lustige Gang ne da muss ich mal eben noch mal kontemplieren tja da gucken wir noch mal weiter aha was jetzt uhu hier los ja ihr seht es an meinem etwas abgedunkelten Gesicht dass ich wieder neu anfangen musste beziehungsweise das Spiel neu anladen musste gab nämlich noch wieder mal irgendeine Störung mal gucken ob die wieder ist nachdem ich bei ihm hier ja die ist schon wieder da die Störung ich komme mal an ihn an dann bleibt das stehen ich kann irgendwas drücken und komme nicht mehr weiter der Escape funktioniert auch nicht ich komme nicht weiter was ist los sehr komisch jetzt habe ich einen älteren Speicherstand genommen habe mich hier wieder hierher teleportiert gehe an den Zwinger vorbei gucke noch mal ins Logbuch das Geschäft genau ist aktiviert und hier war doch der Halt was willst du denn hier schon wieder aha na ich will da rein so und warum ich soll die Sklaven Ojo und Bruce mitnehmen tja da kann ja jeder kommen nichts da rede erstmal mit Hassan wer ist denn dieser Hassan immer wer einverstanden ist werde ich dich reinlassen so abgespeichert ähm also so langsam wird es ein bisschen verschachtelt man muss den um Erlaubnis fragen aber das geht nur aber das geht nur wenn du da alle 30.000 Wüstenräuber erledigt hast die sowieso tausendfach überlegen sind und dann mit Hassan der wartet ja auch noch auf einige Geschichten die erstmal aber wo ist denn dieser Hassan wer ist denn dieser wer ist wo ist Hassan ich glaube ich werde mal eine Runde knacken irgendwo und zwar direkt hier vor der Tür seid mir bitte nicht böse dass diese Folge so wirklich absolut für mich auch ein bisschen durcheinander läuft aber hier oben gibt es ja keinen Hassan wo ist Hassan wer ist Hassan Moment Moment ist das nicht einer der so sitzt ne stopp das war doch einer der so saß irgendwo hier stopp ne das ist hier war immer einer Torbache Elite da muss ich hier reingehen sich die ganzen Leutchen zu merken ist auch übel Elite 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 irgendwer hier im Bett da hinten ist einer verdammt was willst du auch nur alles Hassan so das ist Hassan oh ok merke ich mir mal dass er hier ähm an seinem Schreibtisch bockt jetzt bin ich gespannt ne das geht bestimmt nicht weil da musst du erstmal hier kann ich bei dir etwas lernen wie ist mein Ruf gucken wir erstmal was so rufmässig ist wie ist mein Ruf in Amarna nun mal sehen Sanchez sagt dass du tüchtig und zuverlässig bist du hast es geschafft ihm das Korn zu besorgen das war auf jeden Fall eine gute Arbeit denn nun in das Korn sind wir aufgeschmissen sogar Bayer sagt dass du ein Mann bist dem man vertrauen kann und das will schon wirklich was heissen Kyros ist der Meinung dass du ein brauchbarer Mann wirst der Bursche hat anscheinend gewaltigen Respekt vor dir ich hatte dir den Auftrag gegeben Barut unschädlich zu machen solange du das noch nicht gemacht hast wird es schwierig für dich werden mein Vertrauen zu gewinnen viele Einwohner meinen mittlerweile dass man dir vertrauen kann obwohl viele meinen dass es viel zu früh ist dich zu Billasar zu lassen du wirst zwar schon von einigen der Männer respektiert aber es reicht noch lange nicht du wirst wohl noch mehr von den Bewohnern überzeugen müssen ja merci vielmal schweizerdeutsch ich will in den Kerker Mammut sagt ich soll mir von dir die Erlaubnis holen und warum sollte ich dir sie geben ich soll die Sklaven Bruce und Oyo verkaufen sie sitzen aber im Gefängnis und deshalb brauche ich deine Erlaubnis Bruce und Oyo die beiden haben gestohlen aber andererseits können sie nichts mehr anstellen wenn du sie wegbringst na gut du darfst sie mitnehmen geh zum Mammut und sag ihm entspann dich dann wird er dir den Schlüssel geben entspann dich das ist doch mal richtig cool ich glaube ich kann mich jetzt auch wieder entspannen für diese Folge die in ein paar Minuten leider leider zu Ende läuft so Mammut entspann dich ich habe dir gesagt dass du hier ohne das ein Verständnis von Hassan nicht zu suchen hast entspann dich ich soll mich entspannen ach so du kommst von Hassan gut hier ist der Schlüssel du kannst reingehen danke Mammut sehr gut noch was ja ok so dann wollen wir mal zu Bruce und Bongo geil ich spinne gar Bruce und Bongo ok 80er Jahre ähm wollen wir erstmal hier ein bisschen was klemmen das Bier zum Beispiel Schinken Milch Wasser Käse Apfel und hier gibt es eine Truhe wollen wir mal gucken was wir haben dann wollen wir mal zu Bruce und Ojo gehen äh ah ja hier ist ein Schalter Finger weg da Finger weg da Finger weg da Finger weg da lass hin zu so jetzt stehe ich wieder hier und will mal versuchen erst zuerst mal hier das Tor zu öffnen ohne dass ich vorher was klemme na los Schalter aha okay das wohl damit was zu tun jetzt gehe ich mal wieder zum mammut wo denn der ist gar nicht da okay jedenfalls hier in der nähe so bruce hallo hallo warum seid ihr hier eingesperrt weil ojo und ich einen diebstahl begangen haben zumindest behaupten dass die assassinen mann wir haben uns nur einen apfel genommen verdammt wir waren am krepieren und die sklaventreiber wollten uns nichts geben und was werden die assassinen jetzt mit euch machen naja entweder werden wir irgendwann zu den anderen sklaven gesteckt oder wir werden verkauft aber den alten bruce kriegen sie nicht klein das sage ich dir du hattest recht ihr werdet verkauft und holam hat mich damit beauftragt ich aber du wirst uns doch nicht für ein paar goldstücke verraten oder nein aber wenn ich den auftrag nicht angenommen hätte ständig jetzt nicht hier sehr gut einen moment hatte ich schon gedacht du hättest dich auf die seite dieser gold gierigen hals abschneider geschlagen so wie geht es jetzt weiter war die frage das erfahrt ihr in der nächsten folge vielen dank fürs zusehen und sorry wegen dieser ihr könnt ihr könnt mal auf jeden fall mir auf jeden fall noch mal tipps geben in den kommentaren und ein like geben sofern ihr es möchtet dann sehen wir uns dann am nächsten mal wieder ciao ich 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 Vielen Dank.